nein hektik ich hasse hektik das war nummer eins kann nur ruhig bleiben guck mal los da guck mal los ok und jetzt habe ich nur noch schlag holen wir den knüppel 1 raus oh wow da gibt es mehr tausend deswegen war der so hart gut ich habe noch vier lebenspunkte 36 jetzt wenn du erst mal eine runde aber da Ah, moin! Hä? Was war das an für ein Breakdown? Das ist ein Ball. Der brennt wieder. Oh! Oh, fein! Das war zwei. Ah, was ist das lecker? Ja, der brennt auch. Leidenschaftlicher Brenner. Oder ein Nachbrenner. Das gehört wie so ein Feier. Oh nein! Ach, leck mich! Jetzt ist er tot. Hat sich nicht gelohnt. Hey, krass wie die direkt auf mich los springen und mich aufknabbern wollen. Oh! Ja, ich hatte wirklich nur vier Leben. Du bist auch gestorben? Ja, stark. Ja, wir leben, der nur einen Schlag gebraucht, ne? Naja, klar. Junge, 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 Junge. Wie oft sind wir jetzt gestorben? Ich auch nicht so oft genug. Ich habe noch keine Achievement dafür bekommen. Ja. Komischerweise. So, aber... Ich bin ja auch gerade... Oh, ich bin hinter der Base. Oh, schau! Oh, schau! Mein Rucksack ist auf der anderen Seite der Base. Oh, geil! Jetzt kommen wir mit ihren roten Augen. Oh, ne, auch noch zwei davon. Ich muss los, Bruder. Ciao! Mach's! Mach's! Mach's mal weg, dann kann ich zu meinem Rucksack. Ja, die sind bei mir. Das ist ähm... Ja, ja, es sind noch zwei andere, drei andere, fünf andere, zehn andere bei mir und noch ein Polizist. Ja, aber die mit den roten Augen, die sind bei mir. Ah, ja, easy. Zumindest die zwei. So, Schätzelein. Den Chin! Der Kopf spuckt seine eigenen Leute. Oh, das ist ein ganz witter Junge. Oh, der Typ brennt erstmal für seine Leidenschaft. Ich finde es schön, dass du Sport mit denen machst. Ja, ne? Anders kann man es wirklich nicht nennen. Nein! Wo ist der? Ah! Arschloch. Oh nein, ich bin wieder tot. Ich bin wieder tot. Ach, Alter! Die Axt ist einfach kacke. Mit der Axt kannst du... Ja, das ist richtig. Genau, knappe noch ein bisschen an Maurice. Danke. Mit der Axt kannst du echt gefühlt nichts mehr machen bei den roten. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ich habe nur 18 Schuss. Manchmal spawnt man auch echt so komisch, ne? Ja, beim Rucksack, oder? Ja, er eben nicht. Ah, ich habe Bräuchchen. Ich baue gerade ein Auto ab. Ich habe mir gedacht, da kriegt man doch auch Bräuchchen durch. Ja. Finde ich gut. Baut du nur dein Auto ab. Ja, so habe ich jetzt zumindest eine vernünftige Waffe. Darum geht es mir. So, dann kann ich dir auch jetzt wieder vernünftig helfen. So, komm her, wo bist du? Ich bin im Arsch. Der wird vor der Base, aber hier ist gleich... Feierabend? Oh, gerade nach! Ja, ja. Der guten Name hängt noch ein Auge raus. Oh, die will kuscheln. Gut. Oh! Hilfe! Ich mache den Sprint hier. Herr Officer, bitte. Unterlassen Sie es. Sind ihr des Wahnsinns? Ich lege noch Säckchen rum, das sind meine Pfeile. Ja, bitte nicht nehmen. Die brauche ich noch. Na, ist gut. Ich mache gar nichts. Das weiß ich doch. Das merke ich auch. Ja. Wollte ich dann gebüschter. Versteckte ich noch eine? Nein! Was macht der? So. Hey, Level ab. Okay, cool. Hier ist noch einer. Worum hat der auch schon wieder herkommt. Okay, ab in den Keller würde ich sagen. Ich hab mal aus dem Keller. Ja. Hä? Wen trägern wir denn jetzt schon wieder? Du weißt, dass der Keller noch einen Stock tiefer hat, ne? Hier ist noch einer. Ja. Sag dir mal nett mal lo. Aber ich finde es nett, dass sie den Haupteingang aufgemacht haben, ne? Ja. Dann kann das sein, dass sie es mit dem Knopf... Achso. Meinst du, weil die den aufgekloppt haben? Ja, ja. Kann gut sein. Ja. Die machen manchmal so Dinge. Loot. Loot. Ähm. Okay, hier ist... Kontakt zusammen. Hast du ein paar Freunde gefunden? Ja. Ihr überrascht's. Der ist ja ja relativ gut in Quenzen. Ich glaub, da ist noch einer. Ja, der andere ist auch noch nicht tot. Hey. 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 Und jetzt die Depple auch. Danke. So, können wir jetzt bitte mal hier looten? Danke. Ich bin nicht mehr infiziert. Wie praktisch. Ja. Überrascht. Toll. Nochmal ein selbstgetraute Schrotflinte. Oh, Junge. Hey. Hä? Die Kisten sind ja total kacke. Ja. Bitte. Lass es was. Oh. Ich hab irgendwo... Ich hab was tolles für dich. Oh. Ich hab keinen Platz mehr. Werde mich sonst. Äh. Warte mal. Schrotflinte gebastelt hast du doch gemacht, ne? Ich glaube ja. Warte. Schmeiß ich dir schon mal hier hin? Tactical Warfare ist ja auch deins. Was? Ich, äh. Ich, äh. Ich, äh. Äh. Also hab ich jetzt insgesamt vier Schüsse. Muss einfach dreimal wechseln. Ja, gut. Aber die lädt ja auch ein bisschen schneller, ne? Das ist wahr. Hä? Ach, so eine Nomadstiefel. Genau. Ich schau mal grad hier. Hier ist nämlich noch ein Knöpfgen, den ich drücken kann. Hier geht's aber zum Ausgang. Okay. Hier ist der Serverraum. Muss man das zu grün? Auf allem lädt ihr endlich mal ein bisschen schneller nach. Ich hab übrigens noch ein Buch für dich. Oh, danke. Ich hab nichts für dich. Das, äh. Habe ich nämlich schon. So haben wir jetzt alles aus der Truhe raus. Na, okay, cool. Ja, ja. Ich glaube, ja. Äh. Gut, dann gucken wir mal eben die anderen Räume noch durch. Bin schon dabei. Und hier war auch schon jemand dabei. Mein Inventar ist übrigens voll. Ich bin dezentig überladen. Wolltest du nur mal sagen. Danke für die unüberraschende Information. Ja. Aber echt, ey. Da ist ne Handtasche. Ja, gönn dir. Louis Vuitton. Da ist Geld drin. Was man an der Handtasche halt so braucht. Äh, ich geh mal kurz hoch. Wir haben jetzt diesen schnellen Ausgang hier. Ich geh mal kurz zu meinem Fahrrad und entleere mich einmal. Ja, bitte entleere dich. Was? Ich glaube, ich bringe auch direkt mein Fahrrad mit. So, meine Güte. Oh. Action geladen bis zum geht nicht mehr heute. Ah, es geht schon lange nicht mehr. Hm? Was geht schon lange nicht mehr? Was? Ja. Ich bin zu oft gestorben hier. Ja, ganz geil. Beutewürfel. Aber trotzdem Action geladen. Also ich meine, das ist ja egal ob wir sterben oder nicht. Geht ja um die Ecke. Das Problem ist halt für den nächsten Blutwohnen habe ich jetzt 150 Schuss verschossen. Wir haben zwar noch ein paar... Ach. Ach. Was ist denn los? Hi. Ich bin sinnlos. So. Hallo. Mein Name ist sinnlos. Ich kaufe hier ein. Warst du auf den Klos schon? Nein. Äh. Ich glaube noch nicht. Ich bin hinten durch noch. Im Aufzug. Eine Läder. Ich hoffe das was du. Vielleicht. Na ich glaube nicht. Ich weiss ja nicht was du gehört hast. Oh. Drei Rohre. Das war ich eigentlich um die Schrotflente zu reparieren. Wahrscheinlich Werkzeugkasten. Nein. Ohre. Echt? Oh. Ich habe einen Tresor gefunden. Warte warte. Das war nicht doppelläufig. Entschuldigung. Ja. Werkzeugkasten. Ja. Ich habe mich jetzt auch gewundert wenn nicht. Und mich wundert jetzt schon nachher nichts mehr. Ja. Ein Tresor. Ein Tresor. Mit einem weiteren Buch. Toll. Lesematerial. Äh. Was für dich? Ähm. Du warst doch derjenige mit. Ähm. Ähm. Ich habe den aktiviert. Äh. Ne. Du warst das. Was? Was habe ich aktiviert? Du warst das doch mit dem. Äh. Mit der Rifle. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich habe noch einen schon. Alles ist. Denk dran. Ja. Aber ich kann ziemlich viel. Ziemlich schnell nachladen. Woher. Ja. Zieh. Ich komme ja. Ich komme ja. Ich komme ja. Ich komme ja. Ja. ein Büschlein für dich. Oh. Dankeschön. Oh. Das ist eine Waschmaschine. Ja. Ein Generator. Welche Überraschung. Hi. Hi. Ein Reinigungswagen. Ein Reinigungswagen. Ein Reinigungswagen. Oh. Kaffee. Ah. Genau. Aber. Ich habe die Jungs mal getriggert. Sind das? Ach du Scheiße. Da ist ein Hund dabei. Töt ihn. Da ist er nicht getötet. Ich habe nicht mal gesehen. Der ist aber da links von dir. Also der Hund. Ja. Das weiß ich. Ja. Ok. Was zu sagen. Aber ich kann ja nicht ums Eck schießen. Nicht? Die laufen übrigens in ihrer eigenen Stachelraht. Die laufen. Jetzt habe ich ihn. Da sind noch ein paar gelbe Augen. Vorsicht. Umdrehen. Weglaufen. Oh. Ja. Ich bin nicht zurück. Heiß. Töter 500 Zombies. Jawoll. Oh. Also hier. Hatte ich schon. Ich habe die letzten schon mitbekommen. Ja. Scheinbar nicht so schnell wie die. Ah. Stimmt doch. Rieflich. Oh. Ich glaube es waren seine Nüsse. Ich habe diesen Boden. Ja. Ich kippe schon. No Scope mit den Dingern. Geht halt echt nicht. Mit der Snip. Nee. Das ist schwierig. Oh. Schluss. Oh. Da kommen noch mal ganz viele von links. Oh. Zu viel auch rot. Äh. Komplett links. Oh. Rückzug. Du hast zu. Du hast zu. Warte direkt durch. Okay. Beide hoch. Geht halt. Oh. Oh. Ich sehe. Da guck mal loot. Wer auf uns wartet. Hier links. Ich seh da ein paar schicke Beine. Das sind doch schicke Köpfe. Die hatte gutes Make-up. Der Lippenstift war sehr rot. Unabsichtig. Den Meck stehen noch zwei. Die stehen einfach da rum und hab noch gar nichts gemacht. Jetzt waren sie doch nicht mehr. Geil. Bewegen die Köpfe zu schnell. Der bewegt seinen gar nicht mehr. Ah, das führe ich noch. Ja. Ich verstehe. Hier ist ein Penner, ein Topf. Geht nirgst nicht direkt nach. Ich, noch ich nicht. Äh, sollen wir das hier unten weiter looten oder willst du jetzt wirklich schon da runter? Ah ja, ich hab hier wieder zu. Aus Seeheitsgründen. Ich hab da bedenkt. Ja, nicht nur du. Hier geht es übrigens auch schon wieder runter. Ich hab keinen Platz mehr. Hier ist Bier drin. Wenn du Bier mitnehmen willst, nimm Bier mit. Das ist nicht mehr. Wie kommt das noch? Wie kommt das? Wie kommt das denn? Ich komm da. der pandora hat sich direkt wieder aufgetan wieder acht millionen wie aus dem nichts ich bin nass ich bin nicht hungrig okay ich zieh mich mal komplett zurück immer nach hier oben wo bist du durchfällig schon war das längst rum naja du bist ja echt bei mir ist er da der mit dem roten Augen rote Augen rote Augen selbe, wie auch immer, stirb rot, gelb, grün, schwarz, blau, weiß weiter zurück, weiter zurück natürlich wie überraschend Alter ey Wahnsinn 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 Han reparieren Wahnsinn Wahnsinn